Das Kloster Benediktbeuern, südlich von München. Hier wirkte der 1787 in Straubing geborene Wissenschaftler, Unternehmer und Forscher Josef von Fraunhofer. Wer war dieser Mensch, von dem man sagt, er hat uns die Sterne näher gebracht? Mit zwölf Jahren beginnt Fraunhofer vollweise und mittellos eine Lehre als Glaser. Ein Hauseinsturz, bei dem er aus den Trümmern gerettet wird, bringt die Wende in seinem Leben. Er lernt seinen späteren Förderer, den Unternehmer Josef von Utzschneider, kennen. Erwiesen ist, dass Utzschneider den kleinen Fraunhofer-Lehrling kennengelernt hat, als er ausgegraben wurde unter dem zusammengebrochenen Haus. Utzschneider hat Fraunhofer als hochintelligenten, aufgeweckten Buben kennengelernt und hat ihn sofort gefördert. Er hat ihm Literatur gegeben. Und das hat Fraunhofer, der junge Josef Fraunhofer, begeistert aufgegriffen. Josef von Fraunhofer übernimmt später die Leitung der Glashütte in Benediktbeuern. Diese ist Teil des mathematisch-mechanischen Instituts von Reichenbach, Utzschneider und Liebherr. Fraunhofer revolutioniert durch eine neue Herangehensweise die Glasherstellung. Damals ist es schwierig, hochwertiges Glas für Fernrohre und Mikroskope zu produzieren. Pater Leo Weber vom Kloster Benediktbeuern weiß um die Verdienste Fraunhofers bei der Herstellung von schlierenfreiem Glas. Er hat einmal die Zusammensetzung des Rohmateriales wissenschaftlich definiert und auch dann entsprechend verhältnismäßig angewendet. Dann hat er das gewohnte Rohglas so bearbeitet, dass er durch seine gute Schleifmethode Linsen geschliffen hat, Konvektin, Konkavlinsen. Dann hat er sie bestens poliert, eine eigene Poliermaschine entwickelt. Auf diese Weise hat er eine ganz große Bedeutung bekommen. In der ganzen Optik hat er alles bisher geübertroffen. Selbstgefertigte Prismen ermöglichen ihm die spektrale Untersuchung des Lichts. Dabei erkennt er die Bedeutung der später nach ihm benannten Fraunhoferschen Linien. Diese dunklen Streifen im Spektrum des Sonnenlichts hatten schon vor ihm andere Wissenschaftler bemerkt. Doch erst Fraunhofer erkennt, dass diese Linien in der Natur des Sonnenlichts selbst liegen. Mit seinen grundlegenden wissenschaftlichen Arbeiten zur spektralen Zusammensetzung des Lichts verschiedener Quellen wird Fraunhofer zu einem der Väter der modernen Spektralanalyse. Aber hier in diesem Saal hat Fraunhofer sicher das ganz große Ersterlebens gehabt vom gebrochenen Sonnenlicht. Und dann hat er das künstlich nachgemacht durch sein Lichtgitter, weil er erkannt hatte, dass Sonnenlicht kann gespalten werden. Und aufgrund dieser Fraunhofer-Linien hat er den Vorstoß in den Weltraum gemacht. Bis heute wird mit ihrer Hilfe der Weltraum erforscht. Darum kann man sagen, dieser Saal als ehemaliges Atelier von Fraunhofer ist der Basisort für die Weltraumforschung bis heute. Durch die Beschreibung der Absorptionslinien im Sonnenlicht ist es ihm möglich, das Brechungsvermögen einzelner Glassorten genau zu bestimmen. Dieses Wissen kann er verwenden, um Fernrohre von bis dahin nicht dagewesener Qualität zu konstruieren. Der damalige Kaiser Alexander I. von Russland, Zar, war hier und hat den Fraunhofer besucht. Bei ihm einen Refraktor bestellt für die Dorbpartner Sternwarte, die damals russisch war. Das ist die Hauptstadt von Estland. Der Dorbpartner Refraktor ist berühmt geworden, aufgrund dieser Fähigkeit, die Sterne uns näher zu bringen. 1846 hat der Professor Galle in Berlin mit Hilfe eines Refraktors den Planeten Neptun entdeckt. Trotz fehlender akademischer Ausbildung wird Fraunhofer als Wissenschaftler anerkannt und in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. König Max I. Josef erhebt ihn in den Adelstand. 1826 stirbt Josef von Fraunhofer mit nur 39 Jahren. Über 120 Jahre später wird Fraunhofer zum Namenspatron der großen Forschungsgesellschaft. Man hat damals überlegt, wen man als Symbolfigur nehmen könne und hat sich für Fraunhofer entschieden, weil Fraunhofer im Grunde genommen der Vordenker der modernen industriellen Entwicklung und Fertigung ist. Fraunhofer hat völlig neue Wege beschritten. Er hat eine neue Denkweise geschaffen. Es war eine ausgesprochen glückliche Wahl. Josef von Fraunhofer brachte den Menschen seiner Zeit die Sterne näher. Seine Entdeckungen und Instrumente legten aber auch den Grundstein für die modernen optischen Technologien. Fraunhofers methodische und wissenschaftliche Arbeitsweise dient bis heute als Vorbild in der angewandten Forschung. Er hat den Leitspruch der Fraunhofer-Gesellschaft Forschen für die Praxis vorgelebt. www.fondshofer.com www.fondshofer.com